Jeder Mensch und jede Gemeinschaft auf der Welt ist Teil eines Gewebes aus Geschichten. Die Geschichten, die wir erzählen und an denen wir teilhaben, zeigen, wer wir sind und wofür wir stehen. Unsere Geschichten erinnern uns an unseren Ursprung, prägen täglich unsere Entscheidungen und helfen uns, unserem Zukunftsweg Sinn und Freude zu verleihen. Die besten Geschichten verbinden uns mit etwas, das größer ist als wir selbst. Wir bei Unicity glauben, dass unsere Geschichte Herzen berühren und Leben verändern und schließlich die Welt verändern kann. Es begann vor mehr als 30 Jahren mit nur einem bahnbrechenden Produkt. Das schließlich als erstes Produkt seiner Art einen Platz im Physicians Desk Reference eroberte. Dazu kam ein kühner Plan, um dieses Produkt Millionen Menschen weltweit zugänglich zu machen. Aus diesen bescheidenen Anfängen wurde die Unicity-Geschichte zu einer blühenden globalen Gemeinschaft aus fähigen Führungskräften, erfahrenen Wissenschaftlern und ehrgeizigen Unternehmern. Alle arbeiten gemeinsam an einer Mission. Das Leben von jedem besser zu machen, der mit unseren Leuten zu tun hat oder unsere Produkte verwendet. Heute verkörpert die Unicity-Geschichte diese Mission auf vielfältige Weise. Mit einer wachsenden Familie aus über 400 Produkten auf Basis der aktuellsten Ernährungsforschung, um die Gesundheit von Millionen überall auf der Welt zu verändern. Über 750 Mitarbeiter arbeiten in 30 Büros, um unser Geschäft in 60 Ländern weltweit zu unterstützen. Gemeinsam mit einem blühenden Netzwerk aus ehrgeizigen Unternehmen und unabhängigen Geschäftsleuten, die mit Unicity Gesundheit und finanziellen Wohlstand in ganz neuen Dimensionen erreichen. Und das mit einzigartiger Entschlossenheit, das Leben der Menschen zu verbessern und nachhaltig zu verändern. Auf diese Geschichte können wir stolz sein. Aber das ist nur der Anfang. Denn wir steigern und beschleunigen täglich unsere Bemühungen, aus wissenschaftlichen Entdeckungen innovative neue Produkte zu machen, damit wir die Gesundheit und Lebensqualität vieler auf bisher ungeahnte Weise verbessern können. Jeden Tag begeistern sich neue Menschen für den einzigartigen Unicity-Ansatz für Wellness und verwandeln diese Begeisterung in ein besseres Leben für sich und ihre Familien. Und täglich suchen wir neue, relevante Wege, um das Leben von Menschen spürbar und positiv zu verändern. Mit kleinen, individuellen Schritten und kühnen, unternehmensweiten Initiativen. Aber der spannendste und inspirierendste Teil der Unicity-Geschichte? Wir können das nächste Kapitel zusammenschreiben. In einer Welt, wo die Möglichkeiten nur von unserer Fähigkeit abhängen, groß zu denken, hart zu arbeiten und gemeinsam etwas zu bewirken. Und in der Hunderte gesundheitliche Herausforderungen auf neue Lösungen warten. Die koreanische Regierung hat Zucker den Krieg erklärt. Experten sagen, dass der Fokus auf den Fettgehalt oft davon ablenkt, wie viel Süßungsmittel, Fertiglebensmitteln zugegeben wird. Neue Daten legen nahe, dass die ungesunden Gewohnheiten junger Australier immer mehr zum Bauchumfang der Nation beitragen. Welche Rolle wollen Sie im nächsten Kapitel der Unicity-Geschichte spielen? Und verändert und verbessert diese Verbindung die Geschichte Ihres eigenen Lebens? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Zusammen entdecken wir neue Möglichkeiten. Und wir werden das Leben von Millionen verändern und verbessern. Königreich Deine Vielen Dank.